Einen wunderschönen Dienstagmorgen. Es gibt hier leckeres Frühstück und leider, jetzt kommt es, sieht das hier draußen so aus. Es regnet. Es ist hübsch hier. Jetzt bin ich hier im sogenannten Goldstollen. Leider sieht man das gar nicht. Hier sind überall so kleine Liegeflächen. Es ist so 45 Grad, warm, heiß. Es riecht total toll und man ist hier in so einem kleinen Labyrinth hier. Überall kann man liegen. Total nett gemacht. Hier geht es wieder raus. Hier ist der Yoga-Raum. Ich meine, das ist natürlich auch echt vom Feinsten. Wow. Eine kleine Nachmittagsjause. Das Wetter ist schlecht und wir fahren leider nicht, also chillen wir heute. Guten Tag, jetzt gibt es schon wieder Abend. Was ist das? Ja, ich habe hier tolle Käsesorgen. Gib mal, gib mal. Welchen willst du denn? Den Schmierkäse. Ja, das ist typisch. Dein Lieblingskäse. Klar. Also noch zwei Vorspeisen. Thunfisch mit so. Was? Und hier ist gebackene Avocado, oder was war das? Mit Mango. Guten. Nein, du kannst auch die Fahle mit Essen. Die Videos sind nicht so wichtig. Doch, was ist das jetzt? Und ich habe eine schöne Blumenkohl-Schaum-Suppe. Und die Jungs essen Blutwurst-Suppe. Pofiesen. Rinderfilet mit Brokkoli und Kartoffelmus, oder? Kartoffelmus, ne? Kinder. Pfein. Das wird echt geiler. Hört ihr im Hintergrund das Grunzen und Schnaupzen? Das sind die Kinder, die sagen was. Genau, das Schmassen. Und sie sagen, es ist perfekt. Bitte noch ein Stück. Mama, wenn ich sage, dass ein Steak perfekt ist, dann ist es perfekt. Genau. Und wenn Matthias das auch sagt, dann auch. Genau. Also, wir sind alle der Meinung, das ist ein perfektes Essen. Kinder, heute war jeder Gang toll. Und jetzt gibt es hier noch so ein Kokos-Espuma mit der Blutwurst. Naja. Die Blutwurst war ja, naja. Aber meine Cafiol-Cremeschaum-Suppe war toll. Und mit Heidelbeer-Sorbet. Und man hört schon aus dem Hintergrund, hmmm, was sagen wir? Ah, guck mal, noch mehr. Also auch sehr gut. Wir sehen uns auf dem nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020